Woher bin ich? 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 Das kann ich dir erklären. Der Weltraum und ähnliche Welt. Und die Weltraum gibt es ein Vernetzungsverhalt, die Erde. Auf der Erde sind sehr viele Kontinente. In Europa gibt es viele Länder. Das Land, in dem wir leben, heißt... Deutschland! 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 In Deutschland gibt es insgesamt 16 Bundesländer. Das Bundesland, in dem wir leben, heißt... Bayern! In Bayern gibt es insgesamt 7 Regierungsbedürfnisse. Schwaben, Oberbayern, Unterfranken, Niederbayern, Mittelfranken, Oberpfalz, Oberfranken. Wir leben im Regierungsbedürfnisse. Oberbayern, in Bayern gibt es 51 Landkreis. Der Landkreis, in dem wir leben, ist der Landkreis Altötting. Im Landkreis Altötting gibt es drei Städte und viele Gemeinden. Wir leben im Regierungsbedürfnisse! Wir leben im Regierungsbedürfnisse! AbenteurchgesetING Untertitelung des ZDF, 2021